ARLAMIERUNG LÄUFT ARLAMIERUNG LÖSCHZUG 22 WIRT ANAMIERUNG DAS HEAST DER HIER? HIER NE? YO, IST DER HIER 22-1, 22-Anton, 22-BETA POLYMANS 2 kann da noch hin Bist du ein NEF? Warte mal, du nach da, du nach da Du absetzen TH Du absetzen So, aufschneiden Du hast einen Feuerlöscher, gehst hier in Bereitstellung Du mit da hin, du nach da 33-1 kommt auch Machen wir ein Stück vor Habe ich zwei RTWs? Nö Dann brauche ich noch ein RTW Ein RTW, bitte Mitgemacht Fahrzeug 1, 14, 8 30, schon unterliegt Mitgemacht Fahrzeug auf die Weg Fahrzeug verstanden Absetzen Du lenkst bitte die einmal um Wie geht's dem? Dem geht's gut soweit Dem können sich auch die Rettungsassistenten kümmern Absetzen Ja Die weitere Stabilisierung des Patienten wird an Noders benötigt Okay Ja Dann hole ich mir mal noch ein NEF NEF Gucken von wo der kommt Was bist du hier? Ach, das ist die Leitstelle Tüdelü, tüdelü. Da, ich höre ihn doch. Da ist er. 14 NEF. Was haben wir hier noch drin stehen? 23 Bertha. 23. 23. 23.1, 23.2. Anton, Cäsar. Anton. Anton, Cäsar und da müsste hier der Bertha stehen. Ach so, okay. Das NEF ist denn noch nicht da? Doch da. Absetzen. Du den. Ihr könnt auch absetzen, TH. Sehr schön, das hier ist, äh... Sehr schön. So, ach so. Ich wollte mich noch dafür entschuldigen, dass jetzt die letzte Woche kein... ...Hemorten C4 Video kam. Das tut mir sehr leid. Aber das kann ja mal passieren. Ich hatte viel zu tun. Arbeiten und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber wieder regelmäßig. Und, ja. Jetzt erstmal werde ich eine Runde Hamburg aufnehmen, bis es abstürzt. Und danach Fachzug 22, bis es abstürzt. Und dann hoffe ich, dass ich bis... Ja. Dass ich bis, äh... Ja, zwei Wochen lang für jeden Tag ein Video hab. Das würde mich freuen. Wird umgehend durchgeführt, als gibt's. Gut, dann brauche ich hier mal einen... ...Policei. Hol mal ASD, Abschlupfdienst. Zweimal bitte. Mit Fahrzeug 48 Höhen. Ihr könnt... ASGW mit... Warte mal. Am ASGW. Achso. So. Puh, 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 puh. Parken. Ihr könnt auch parken. Drehleiter kann parken. 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 Du kannst parken. Und du sagst einmal bitte... ...Abspann. Und du auch. Was ist das? Türen auf. Achso. Ja. Wo kommt eigentlich hier die Musik her? Ist die standardmäßig mit drin? Warte mal. Tatsächlich. Die ist standardmäßig mit drin. Haha. Find ich lustig. Okay. Gut. Ich fand das letztes Mal auch schon so. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 13. Bin unterwegs. Was geht denn unterwegs? Fahrzeug 14. Fahrzeug 14. Das ist ja cool. Fahrzeug 14. Fahrzeug 13. Stell dich mal sicherheitshalber nach da. Ja. Also, dass du dich nicht überkacheln lässt. Wird umgehend durchgeführt. Achso. Das sind die Abschleppfahrzeuge. Du bitte den hinteren und du bitte den vorderen. Sehr schön. So. Status 1. Status 1. Aufsetzen. 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 Hotel Streife. Hier auch Streife. Kann ich eigentlich hier nochmal. Streife. Und Streife. Fahrt mal schön. Brav Streife. Und einer bleibt hier noch. Das ist gut. Da oben stehen auch noch 2, 3. Die können auch Streife fahren. Streife. Streife. Die bleibst hier. Was bist du? Peter Kripo. Und was bist du? Peter Kripo. Peter. Peter. Peter 21. 4. Peter 21. 5. Fahrzeug 19. Peter 21. Und Peter 21. 1. empfiehlt noch der Peter 21. 3. Peter 41. 1. Peter 41. 3. Peter 15. 1. Peter 15. 2. Wer bist du? Du bist der. 41. 2. Aber das ist ja doof, dass die hier jetzt alle hintereinander fahren. Streife. Fahr mal woanders hin. Du auch. Fahr mal woanders hin. Ja. So. Soll passen. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Aber macht nichts. Was haben wir denn für Tipps? Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Okay. Haben wir dafür ein Stichwort? Äh. Wir brauchen eine Drehleiter. Tür verschlossen. Notfall vermutet. So, würde ich sagen, ne? Technische Hilfeleistung. Gefahrgut. Den hatten wir ja. In der vorletzten Folge müsste das gewesen sein. TH Wasser Y. TH Y. TH Klein. Feuer BMA. Sehr schön. Oh, ein NAW. Oh, nicht schlecht. Schade, dass es hier das Parken-Tool nicht gibt. So schön einparken. Hamburg 23,5. Die 5 ist ja immer die Drehleiter auf der Wache. Installieren, bitte. Du kannst nach da fahren. Was baut der da? Guck mal her hier. Stell dich auf die Straße und installier, bitte. Genau, geht doch. Zielpunkt. Okay, ob das so soll, das frage ich mich jetzt gerade. Äh, gehen wir da rein. Kann der Notarzt bitte da hoch? Weil über Felde kann ja der Notarzt bitte Drehleiter. Fahrzeug 36. Ah. Okay, ob das so gewollt ist, das ist fraglich. Aber naja. Kann der Notarzt im Drehleiter? Nee. Gut, denn also... Hätte der sich Druckluftbelüfter... ...erst eine Hilfe leisten? Geht nicht. Doch, geht. Na gut. Hol die da mal raus. Du kannst sie eher... Ach doch, guck mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Fahrzeug 36. Habe verstanden. Ja. Fahrzeug 36. Fahrzeug 12. Ein NRW. Was steht... Äh, Hilfe. So, ranzoomen. Na komm. Na komm. Nein, es geht nicht. Ah doch, die Kamerainstellung finde ich gut. Rettungsdienst Notarzt. So, leg's immer ab. War die Musik das letzte Mal auch schon? Ich kann mich nicht daran erinnern. Und das hier sieht irgendwie falsch aus. Sieht nicht so aus, als wenn das so soll. Naja, egal. Ups. Ah, ich bin wieder woanders. Ja. Hilfe. Oh, Mann. Was ist denn das? Ich will mich doch bloß drehen. Nicht hoch und runter. Guck mal, drei Leute. Ihr beide fahrt mal andere Streife. Ich muss mal kurz husten. Ich bin gleich wieder da. Hust. Guck mal, da kommt eine Streife. Kriecht auch noch dichter in den Bus rein. Und du in mein NEF. So, wir nehmen den mit dem NEF mit. Der RTW kann somit nach Haus. Drehleiter kann wieder nach Hause. Wir nehmen den mit dem NEF mit. Auf dem Weg. Alpha. Parken. Fahrzeug 12. Fahrzeug 22. Wo ist denn das Krankenhaus? Das frage ich mich jetzt gerade mal. Schade, dass es... Ich hätte gerne so einen Verfolgen-Button. So, dass die Kamera sich fest setzt und dann dem folgt. Ah, naja, gab's das? Gab's diese Technik damals schon? Und es ist ganz schön laut? Hört doch mal auf, hier hintereinander herzufahren. Oder gibt's bloß zwei Streifenrouten? Ah, hier ist das Krankenhaus. Klinikum Nord. Dann müsste es auch ein Klinikum Süd geben, oder nicht? Gibt's ein Klinikum Süd? Aber Nord ist ziemlich mittig, ne? Ich glaub, das ist das einzige hier, ne? Welches Krankenhaus stellt das denn dar? Ich weiß es nicht. Gut. Einsatz abgeschlossen. Jetzt kann der nächste meinetwegen kommen. So. Warten wir denn jetzt mal auf den nächsten Einsatz. Hier. Auf der 22. Welche Feuerwache war das nochmal, die 22? Ich weiß es gerade nicht. Äh, lass mich... Lügen, ist das Hamburger Tor? Nee, oder? Äh, Berliner Tor meine ich. Nicht Hamburger Tor. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Falls es keiner weiß, sag Bescheid. Und ja... Hm. Erstmal mal strecken. Hab ich vor der Aufnahme nicht gemacht. Mach ich sonst immer vor der Aufnahme. Da werde ich auch fit in die Aufnahme starte. Ah, naja. Achso, und ich hab meinen Timer verpasst. Äh, vergessen. So, wollen wir den nochmal starten. Ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wie lange diesmal... Ja, der hält hier quasi. Achtung, Brandstiftung und Einsatzgebiet. Jawohl. Da hafen Sie den Brandstifter und transportieren Sie ihn ab. Löschen Sie alle Brände. Feuer. Achtung. Ein Selbstmordversuch wurde gemeldet. Retten Sie das Opfer. Versorgen Sie es und transportieren Sie es ab. Da schwimmt er, okay. Wasser, Y. Da, stopp, 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 stopp. Fahrzeug 510, habe verstanden. Was, watch her. Ja. Schon unterwegs. Höre, bin unterwegs. Ja. Stetige. Fahrzeug 16. Ja. Fahrzeug 11. Fahrzeug 510. Parken. Fahrzeug 27, hört. Fahrzeug 29, hört. Fahrzeug 29, hört. Fahrzeug 29, hört. Hat das nicht in der letzten Folge schon gebrannt, dieses Gebäude? Fahrzeug 28, aufgeregt.